Ich habe gehört, ich habe gehört, wir müssen diese Folge mit einem großen Knall starten. Maus. Da hat eine Fliege auf meiner Hand. Oh nein, heute ist nicht mein. Zwei Knall sogar. Ich fliege in drei Tagen in den Urlaub und es ist einfach nicht meine Woche. Vielleicht kann man es so abkürzen. Es passieren die skurrilsten Dinge. Ich bin so gestresst, dass ich wirklich komplett außer Puste bin. Und das ist so meine absolute Horrorvorstellung, wie ich gerne verreise. Ich hasse das ja, wenn ich vorher schon so gestresst bin, weil ich komme dann nicht runter im Urlaub. Das heißt, ich bin 14 Tage lang eigentlich ein Wrack und das bringt dann gar nichts. Das ist für mich schade, dass es so läuft. Aber wir mussten diese heutige Podcastaufnahme etwas verschieben, weil mir ein Malheur passiert ist. Malheur ist gut. Ich schäme mich selten, aber heute war ein sehr unangenehmer Moment. Ich war bei meiner Freundin im Friseurgeschäft und die hat mir meine Ansatzfarbe aufgetragen, weil normalerweise färbe ich meine Haare ja immer selber, aber ich komme hinten am Kopf so schlecht dran und ich habe gedacht, nach all den Monaten muss da mal einer gründlich alles auftragen. Und dann bin ich zu ihr gefahren, sie hat mir die Farbe auf den Kopf geschmiert und dann verlasse ich ihr Friseurgeschäft und sage zu ihr auch noch, ey, wenn ich jetzt einen Unfall baue mit der Haarfarbe auf dem Kopf, dann wird es unangenehm. Hast du nicht gesagt. Doch, habe ich gesagt. Du bist eine Hexe. Und es war schon so peinlich, weil ich habe ein Stück weiter weg vom Friseurgeschäft geparkt und musste so eine Straße entlang laufen. Das ist ja dann schon unangenehm, wenn du dann irgendwie mit einer Haarfarbe da rumläufst. Und ich fahre nach Hause, klappt alles wunderbar. Und so 300 Meter von meiner Haustür kommt mir ein Bus entgegen. Wir sind in eine Kurve gefahren und die Kurve war zu eng für mich und den Bus. Und dann hat es einmal Rums gemacht und da standen wir dann da. Der Bus hat angehalten. Es ist ja noch nichts passiert. Uns ist nichts passiert. Das Auto sieht aber jetzt aus wie Kraut und Rüben. Das bringt mir ja auch nur Glück, dieses Auto. Und alle Passagiere mussten aussteigen vom Bus, ist ja klar. Der Busfahrer muss natürlich, weil es ein Dienstfahrzeug ist, die Polizei rufen. Das kannst du nicht mal eben so klären mit einem Zettel und einem Stift. Und dann stand ich am Straßenrand mit Farbe auf dem Kopf, mit gefühlt 150 Leuten und wir haben auf die Polizei gewartet. Ja. Wollte irgendjemand ein Schwesterfoto machen, während du da standst oder haben sie dich in Ruhe gelassen? Och Mann. Aber ich möchte was Positives dazu sagen. Okay. In solchen Situationen ist es ja auch immer krass zu beobachten, wie man selber reagiert und so zurückzudenken, wie hätte ich vor zehn Jahren reagiert und wie bin ich jetzt eigentlich erwachsen geworden. Und ich sage ja immer, Situationen, die wir nicht ändern können, die können uns auch eigentlich egal sein. Die müssen wir hinnehmen. Und heute, die Situation hat mir mal wieder gezeigt, ich konnte es nicht ändern. Ich musste da bleiben, ich musste auf die Polizei warten, was sollte ich jetzt halt machen. Und ich bin da relativ ruhig geblieben. Mir hat der Busfahrer ein bisschen leid getan. Das war so ein persischer Papa. Der hatte total die Angst, ich weiß nicht, Angst vorm Arbeitgeber und hat gedacht, aber was ist, wenn jetzt Gericht kommt und ich weiß nicht, wo sie es machen soll und so. Dann habe ich gesagt, hier geht keiner vor das Gericht. Und dann hat er Fotos gemacht und Videos die ganze Zeit, weil er dann vor den Polizisten, also die sahen auch noch süß aus, ist ja klar, ne? Ist ja klar. Da kommen die Männer in Uniform, mh, süß. Und dann habe ich zu den Polizisten gesagt, entschuldigen Sie, ich muss mich ein bisschen beeilen, diese Farbe ist seit einer Stunde auf meinem Kopf, sonst habe ich nachher keine Haare mehr auf dem Schädel. Und dann haben die richtig schnell gemacht. Ruckzuck haben die das abgewickelt. Ach, wie süß. Voll süß. Die hatten auch einfach Mitleid mit mir, die haben sich gedacht, hier steht die in ihrer Hotpen. Selbstbräuner frisch aufgetragen, nicht abgespült, so sieht mein Körper auch aus. Und dann die Farbe auch noch im Kopf, mein Hund hinten im Kofferraum, auf dem Rücksitz, die haben ganz schnell gemacht. Also es war sehr unangenehm. Vielen Dank für dein spontanes Verschieben. Kriegen wir den? Das war mein Tag. Bevor wir in Teufelsküche kommen, lassen wir die gehen, die Frau, haben sie sich gedacht. Deswegen herzlich willkommen bei Teufelsküche. Nee, ist nicht dein Ernst. Ja, da weißt du Bescheid. Dann kommen wir an Teufelsküche. Teufelsküche. Der Podcast für alles Unangenehme. Von und mit Candy Crash und Nicolette von Tages. Also was mich jetzt aber brennend interessiert, ist erstmal die Schuldfrage. Gibt es einen Schuldigen? Hättest du warten müssen? Hätte der Bus warten müssen? Ist die Straße einfach zu eng und keiner hat Schuld? Wie habt ihr das geklärt? Die Straße hat zwei Kurven. Und bei der einen Kurve, die ist genauso eng, ist es mit Ampeln geklärt, damit sowas nämlich nicht passiert. Und die zweite Kurve ist komischerweise nicht mit Ampeln geregelt, wobei die, glaube ich, vom Durchmesser, vom Radius genau gleich sind. Und wenn einem da der Bus entgegenkommt, musst du das per Augenmaß quasi dicht drauf einigen. Wer bleibt jetzt stehen? Wer lässt wen durch? Deswegen halte ich das für schwierig, aber es ist die Zufahrt zu mir nach Hause. Also ich fahre das dreimal am Tag und ich habe das leider schon des Öfteren beobachtet, dass es da gekracht hat, genau in dieser Kurve. Weil Busse können, die Kurve ist groß, also da passen auch drei Autos nebeneinander, aber halt ein Bus, der hat mehr Volumen. Du hast ja aber auch einen sehr, sehr guten Draht in das Bürgermeister-Rathaus. Das heißt, du kannst jetzt direkt mal vorsprechen und sagen, lieber Bürgermeister, so geht das nicht. Es kann nicht sein, dass ich hier einen Unfall baue, weil Ihre Straße zu eng ist und das nicht mit der Ampel geklärt ist. Diese Ampel, die unten steht bei der ersten Kurve, das ist so eine richtig nervige Ampel, weil die Straße nicht stark befahren ist. Und manchmal stehst du an dieser Ampel, nachts kein Mensch kommt und wartest darauf, dass ein Auto dir dann eines Tages entgegenkommt, bis du dann mal fahren kannst. Ich möchte eigentlich nicht, dass die dieses Ampelsystem 40 Meter weiter bei der nächsten Kurve anbringen. Das soll ruhig weiter so laufen, dass man sich da darauf einigt. Aber ja, der Busfahrer hat zum Polizisten gesagt, ja, aber ich habe gewartet und sie ist einfach gefahren. Und dann hat der Polizist gesagt, naja, wenn zwei Leute warten und nicht fahren, ist es ja auch blöd. Und dann habe ich gedacht, ja. Und dann hat er gesagt, schreiben Sie das auf, was die Frau gesagt hat. Sie ist einfach gefahren. Und dann habe ich zu dem Mann gesagt, Sie müssen sich doch keine Sorgen machen. Wir sind doch beide versichert. Ihr Arbeitgeber ist doch auch versichert. Sie müssen keinen Eigenanteil bezahlen. Ich halt schon. Wahrscheinlich 1000 Euro bei dem Schaden, den ich jetzt habe, Selbstbeteiligung. Aber ja, wie das halt ist, du kriegst jetzt Post und dann kannst du den Kram ausfüllen. Am Ende wird niemandem die Schuld zugeschrieben und beide Versicherungen zahlen den eigenen Schaden. Ist ja immer so. Was willst du halt auch machen? Ist natürlich jetzt auch ein beschissenes Timing, kurz vorm Urlaub. Weil das würde ja jetzt in den nächsten Tagen irgendwie alles geklärt werden, im Idealfall. Wie machst du denn das? Ist das Auto jetzt in der Werkstatt oder konntest du nochmal heimfahren damit? Nee, nee, das Auto ist fahrtüchtig. Das ist nicht zerbeult. Das ist nur komplett. Es ist, nein, 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 nein. Es ist von vorne bis hinten ist der Bus einmal an mir vorbei. Also wenn du denkst, die müssen so ein Teil austauschen, die müssen vorne austauschen, beide Türen austauschen, hinten austauschen, Kunststoff von der Radverkleidung. Es ist einmal komplett Makeover. Aber soll ich dir was sagen? Dann lohnen sich die 1000 Euro wenigstens. Ja, einmal neu. Wie ging es dir denn in dem Moment? Ich war peinlich. Hattest du schon mal einen Unfall? Ich hatte mal einen richtig schlimmen Unfall, ja. Magst du es erzählen? Nicht vergleichbar. Ja, kann ich erzählen, wenn du kurz gesagt hast. Also wenn man im Auto sitzt und man wird geschrammt, das knallt ja immer zehnmal so laut. Das ist ja immer ein richtiger Knall. Und was interessant ist, auch wenn es manchmal nur Kleinigkeiten sind, so ein Auto ruckelt auch immer so, das erschreckt einen dann doch. Naja, ich bin dann rechts in so eine Einfahrt reingefahren, damit ich die Straße nicht blockiere. Und dann sagt der nette Busfahrer zur Polizei, sie hat Vorderflucht begangen. Da sagt der Polizist zu mir, sind Sie weggefahren? Sag ich, nein, ich stehe ja hier. Da sagt er ja, sind Sie wiedergekommen? Sag ich, nein, ich stehe ja hier. Ich bin in die Einfahrt reingefahren, um die Straße frei zu machen. Da sagt er zum Busfahrer, das ist keine Fahrerflucht. Die hat nur die Straße freigemacht. Oh Gott, ich glaube, der hatte einfach nur Panik, dass er Anschluss bekommt. Und ich muss auch dazu sagen, man hat natürlich gemerkt, dass er einen Migrationshintergrund hat und er war wirklich so am Reden und ganz hektisch und so richtig aufgelöst war er. Dann hat er noch gesagt, Sie müssen mir glauben. Und dann habe ich gedacht, die Polizisten waren auch so freundlich und so nett. Es ist ja auch nicht so, dass ihm einer nicht geglaubt hätte. Aber dann habe ich zu ihm gesagt, Sie müssen sich keine Sorgen machen. Wir sind beide versichert und das macht Ihr Arbeitgeber. Der ist doppelt und zehnfach. Also so ein Busunternehmen, Taxiunternehmen, die sind ja immer versichert gegen alles und jeden. Das ist nicht schlimm, was passiert ist. Ja, was mir immer passiert ist, da war ich, ich glaube so Anfang 20, das war in Karlsruhe, als ich mit meinem Onkel gefahren bin. Also er ist gefahren, ich war Beifahrer. Und wir sind abends von meiner Oma nach Hause in die Stadt gefahren. Und dann sind wir über die Südtangente, heißt das bei uns. Das ist die Stadtautobahn, die so die Stadtteile verbindet. Da sind wir dann mit 50 oder 60, wir wollten halt, du kannst dann da vorne, ab da vorne 80 fahren. Da sind wir halt in die Richtung gefahren mit 50, 60 über eine Ampel. Und uns ist auf der anderen Spur, auf der gegenüberliegenden Seite ein Auto entgegengekommen. Und statt dass das an uns vorbei geradeaus weiterfährt, parallel, hat das die Kurve genommen auf der Kreuzung und ist uns voll ungebremst reingefahren, sodass es uns gegen einen Ampelmast geschleudert hat, ungebremst. Und dann der Ampelmast im Prinzip das Auto so gespaltet hat. Und mein Onkel hatte den Motor zwischen den Beinen. Ich habe den Ampelmast schon fast geküsst. Natürlich das ganze Frontschutzscheibe rausgegangen, alles in Scherben und ich liege da in den Scherben drin. Und es ist absolut nichts passiert. Also ich hatte eine Prellung, irgendwie einen steifen Nacken für ein paar Tage und mein Onkel genauso. Wir sind da mit einem richtig großen Schrecken davongekommen. Aber diese 0,3 Sekunden, wo es da das Auto irgendwie gegen diesen Ampelmast ungebremst geschleudert wird mit 60 kmh. Also die Leute sagen ja immer, dass einem so das Leben wie ein Film nochmal vor Augen abläuft. Das war exakt genauso. Das war verrückt, wie viele Milliarden Eindrücke auf einmal in meinem Kopf vor meinem Auge waren. Und ich dachte, das war es jetzt. Und das war abgefahren. Also das war schon fast eine Nahtoderfahrung, ohne dass ich tot war. Das war crazy. Da hatte ich auch irgendwie zehn Schutzengel, hat meine Oma immer gesagt. War das für dich dann nach einem Problem, wieder ins Auto einzusteigen? Oder war das okay? Nö, ich bin ja nicht selbst gefahren damals, weil ich war ja nicht der Dumme. Ich habe das gesehen. Und ich habe noch zu ihm gesagt, pass auf. Und er, also wir waren halt gar nicht in der Schuld, aber ich habe schon gesehen, die da vorne, die fährt so schnell. Und irgendwie habe ich im Gefühl gehabt, dass die uns jetzt schneidet und statt geradeaus weiterzufahren, dass die jetzt die Kurve nimmt und abbiegt. Die hat aber auch nicht geblinkt und sie ist einfach abgebogen. Und ich weiß nicht, warum ich das gespürt habe. Hatte sie Schäden danach, also körperliche? Nee, die konnte auch raus, also die hat es gar nicht so sehr, die ist nur mit der Schnauze gegen unsere Seite gestoßen. Ziemlich krass. Bei der ist dann halt irgendwie der Airbag aufgegangen, aber uns hat es halt gegen die Ampel und die Ampel hat dann halt das Auto irgendwie zerstört. Also es ging allen Parteien am Ende gut. Sie war schuld, sie hat dann auch Schmerzensgeld zahlen müssen, versicherungstechnisch, lauter Sachen. Aber ja, es ist alles okay. Aber das ist so meine einzige Unfallerfahrung zum Glück. Und ja, super krass einfach. Man denkt ja an nichts Schlimmes und man hält sich an die Regeln und irgendwie passiert sowas einfach. Ja, total. Und das ist auch diese Sache, mit dem ich trage einen Fahrradhelm beim Fahrradfahren. Ich habe einfach keine Chance den Autos gegenüber als Fahrradfahrerin. Da muss ja nur einer die Kurve nicht richtig kriegen und dann flippe ich da durch die Gegend und dann war es das mit mir, weißt du? Und du hast ja im Zweifelsfall auch eh keine Schuld. Das ist ja fremdverschulden, weißt du? Und da denken die meisten halt nicht dran, ne? Auch so Leute, die sich beim Autofahren nicht anschnallen. Kennst du Menschen, die sich beim Autofahren nicht anschnallen? Im Taxi kenne ich das. In so einem großen Taxi-Van-Bus. Ja, ja. Dass man sich da in so einer Sechsergruppe, wenn man hinten, weißt du, wo die Sitze auch gegenüber voneinander sind. Ich bin da auch nicht angeschnallt. Ich mache das auch selb. Also, ja gut, doch. Ich glaube, so 50-50 schnalle ich mich an, schnalle ich mich nicht an, wenn das eben so ein VIP-Transport oder sowas ist. Aber ja, eigentlich, du musst dich ja anschnallen. Ich weiß auch nicht, warum man das nicht macht. Ja, also ich glaube, dass Leute, die sich im Auto nicht anschnallen, nicht damit rechnen, was andere Leute auf der Straße für Fahrkünste hinter sich bringen. Das kann nicht einfach dein Leben kosten. Und ich verstehe das nicht, weil dieser Anschnallgurt, der beeinträchtigt dich ja in keinster Art und Weise. Und ich halte das für so wichtig, weil, stell dir mal vor, es geschieht was. Du wünschst dir einfach nur, du hättest diesen blöden Anschnallgurt festgemacht. Und das hätte vielleicht dich oder von jemand anderem das Leben gerettet. Also, und so sehe ich das auch so ein bisschen mit dem Fahrradhelm. Ich sehe halt scheiße aus mit dem Fahrradhelm und meine Haare sind danach auch scheiße. Aber ich denke mir immer, wenn mich einer umknockt, also wenn es mich blöd trifft, bin ich querschnittsgelähmt oder liege im Koma für ein Jahr oder so. Also, better be safe than sorry, sagen die Amis und die Engländer. Better be safe than sorry. Aber nochmal eine lustige Geschichte zu diesem Thema Anschnallen. Kennst du diese alten Straßeninterviews aus den 70er Jahren, wo Leute gefragt werden, jetzt kommt ja bald die Anschnallpflicht, was halten sie davon? Und die Menschen sind total entsetzt. Na, ich schnalle mich doch nicht an. Jetzt pass auf, das Beste ist daran. Und der eine sagt, ich schnalle mich doch nicht an. Wie gefährlich ist das denn, wenn mir die Zigarette runterfällt und ich bin angeschnallt und komme nicht an die Zigarette ran? Ey, das ist einfach der Oberhammer. Was waren das noch für Zeiten? Ja, wir unterschätzen, glaube ich, diese Zeiten manchmal oder die Werte, die in dieser Zeit vertreten wurden. Wir denken immer, das war vor tausend Jahren, kurz nach den Dinos. Dabei ist es das gar nicht. Ich habe letztens einen Podcast gehört, den ich ganz gerne höre. Und ich weiß nicht mehr genau, worum es ging. Warte, wie komme ich drauf? Naja, es ging auch um Generationen. Stimmt. Der Mann in dem Podcast hat über eine Doku erzählt. Und in dieser Doku ging es darum, dass es in den 50er, 60er Jahren ein Handbuch für Frauen gab, wenn sie frisch Mutter wurden. Und da ist die Erziehung des Kindes drin beschrieben. Eigentlich geil, wünscht man sich doch. Voll. Aber alle sagten immer, das Kind kam ohne Handbuch. Genau. Und früher gab es dieses Handbuch unter anderem auch in Deutschland. Und dann stehen da zum Beispiel so Sachen drin, wie wenn dein Kind frech ist oder schreit, sperre es in einen dunklen Raum ein und gebe ihm nichts zu essen und zu trinken. Ja, so nach dem Motto. Ich kann es nicht mehr genau wiedergeben. Also ganz rabiate, furchtbar misshandelnde Tipps stehen da drin. Und wir fragen uns, warum unsere Eltern so gestört sind. Pass auf. Und er erzählt über diese Doku, die er gesehen hat in dem Podcast, redet er darüber und wie schockiert er war. Und dann sagt er, das ist ein erwachsener Mann von 40 Jahren. Und weißt du was? Sagt er zu seiner Podcast-Partnerin. Da habe ich mir so gedacht, ach deswegen sind so viele alte Menschen so unterkühlt und so komisch. Und dann habe ich das im Auto gehört und habe mir nur gedacht, hast du dir jetzt zum allerersten Mal in deinem Leben darüber Gedanken gemacht, warum die Generation deiner Eltern und Großeltern überhaupt so ist, wie sie ist. Und was früher eigentlich geschehen ist, wie wenig Relation Menschen zur Realität und zu Emotionen hatten. Und was das eigentlich mit dir jetzt macht und mit deinen zukünftigen Kindern. Da ist ein erwachsener Mann, der noch nie in seinem Leben darüber nachgedacht hat, warum sind wir Menschen eigentlich so, wie wir sind. Und was hat das mit Erziehung und alten Sitten und alten Werten und Glaubenssätzen auf sich. Ist mir alles aus dem Gesicht gefallen. Ich war geschockt, geschockt war ich. Das ist ja wieder die alte Leier, die wir auch schon seit 56 Folgen irgendwie predigen. Der Mann macht sich keine Gedanken um die Welt, weil er es nicht muss, weil er noch nie was hinterfragen musste, weil er noch nie angeeckt ist mit seinem weißen Mannsein. Diese Sachen, weißt du, das kann man ihm ja schon fast nicht übel nehmen. Das ist nur der Rest der Welt. Die Frauen und die queeren Menschen und Menschen, die nicht weiß sind, die sich alle an den Kopf fassen und denken, hä, Moment, wie, da hast du noch nie drüber nachgedacht? Ja, natürlich nicht, weil ihm die Welt gehört. Dem weisen Mann gehört die Welt. Ja, abgefahren. Das ist Wahnsinn. Aber ich habe auch eine ganz enge Freundin, die ich für so intelligent halte. Die kommt mir manchmal auch mit so Floskeln um die Ecke, wo ich mich frage, machst du dir manchmal eigentlich auch Gedanken über jemanden außer dich selber? Ja, so, wenn du der erzählst, es gibt Menschen, die werden auf der Straße angefeindet, aufgrund von dem und dem Grund, ist die völlig überrascht. Da fällt die völlig aus dem Häuschen. Da hat die sich noch kein… Sophia Thiel, als ich da zum Podcast zu Besuch war, bei Fia Brüssel für ein Halleluja mit Paula. Ja, das hattest du erzählt. Die war ja auch so schockiert. Und ich finde das schockierend, dass Leute schockiert sind. Aber ja, brauchen wir nicht schon wieder mit anfangen. Alte Leier kennen wir. Alte Leier. Alte Kamelle. Unsere Küchenschaben und Kücherhelfer, die sind aufgeklärt, die wissen, was Sache ist. Sag mal, Nicolette, wir haben letzte Woche über Dresscodes und Motto-Partys und so weiter erzählt. Ich habe gesehen, wo du warst. Moment. Ah ja, okay. Ja, du hast gesehen, wo ich war. Man sieht es ja auch. Ich habe es ja gerade an. Meinst du das? Ja, aber ich meinte noch etwas anderes. Fand ich auch cool. Pass auf, da sprechen wir gleich drüber. Aber ich musste an dich denken, weil ich am Wochenende zu einer Jugendweihe eingeladen war. Aha. Und für alle, die nicht wissen, was es eine Jugendweihe ist. Musst du erklären. Gibt es im Westen nicht. Genau. Es ist für die Kinder, die Jugendlichen, die nicht getauft sind, die weder katholisch noch evangelisch in Deutschland getauft sind, die haben meistens im Osten so eine Art Möglichkeit, das nachzuholen, nur eben nicht religiös. Das ist dann... Der Sprung ins Erwachsensein. Genau, so Debütantinnenball im Prinzip wie in den USA. Debütantinnenball, schön erklärt. Das ist ja das Gleiche. Genau, das macht man so mit 14, 15. Da wird der Gang ins Erwachsenenalter gefeiert. Und da war ich eingeladen von der besten Freundin meines Freundes. Und wir waren so eine Gruppe von 30 Leuten. Und wir kamen als Letztes. Wir haben natürlich den großen Auftritt genießen müssen und sind 20 Minuten zu spät gekommen. Die Jugendweihe, der Teil, der eigentlich in der Kirche stattfindet. In der Jugendweihe ist es dann in verschiedenen Locations wie so Event-Locations. Da waren wir nicht dabei. Wir sind dann erst zum Essen gekommen. Das war auch so abgemacht, weil nur die Familie zur Jugendweihe kommen könnte. Das war ja sehr streng limitiert. Das ist ja oftmals so, dass da die Plätze knapp sind. Und dann kamen wir 20 Minuten zu spät zum Essen. Und ich komme da rein. Jeder einzelne Tisch mit hellblau dekoriert. Das komplette Deko-Zeug ist hellblau. Und ich gucke mich um. Alle 28 Leute tragen hellblau. Und ich stehe hier in komplett schwarz-weiß. Mein Freund komplett in schwarz-weiß. Und wir so, äh, äh. Ist das eine Gender-Reveal-Party gewesen oder was? Entweder das oder hat uns hier irgendjemand nicht Bescheid gegeben? Die Schlimmste feiern Geburtstag, ja. Ja, und dann waren die alle in blau. Und ich habe mich irgendwie komisch gefühlt, weil ich gerade erst noch mit dir darüber gesprochen hatte, dass ich sage, ja, natürlich ziehe ich mich dann immer gerne entsprechend zu diesem Motto an. Ich hätte mich super gefreut, irgendwie was Blaues anzuziehen. Wusstest du das? Nein, uns hat keiner Bescheid gegeben. Und dann habe ich herausgefunden, dass die Familie sich blau angezogen hat. Keine Ahnung, warum man das getrennt hat. Das verstehe ich nicht, muss man auch nicht verstehen. Aber ich falle ja gerne auf. Daher war mir das dann auch wieder gar nicht unangenehm, sondern ich habe mich gefreut, dass ich der einzige bin, der nicht blau an hatte, sondern richtig hot aussah. Und wie war das sonst so? Die Juni-Weihe war schön? Naja, es war halt einfach so ein gesetztes Dinner oder Mittagessen mit Aperitif und danach nochmal ein Dessert. Und dann gab es abends noch eine Käseplatte. Das war von 14 bis 18 Uhr, also sehr gesittet, sehr einfach. Es war eigentlich nur das Mädel dabei, die halt jetzt 14, 15 ist und ihre Verwandtschaft. Und das, ja, das war super nett. Das ist ja irgendwie, ja, das war unspektakulär. Es wurde eine schöne Rede gehalten von der Mama, die ich... Es gab nicht so viele vegane Optionen, aber ich habe mir was zusammengestellt. Das hat funktioniert. Ich finde ja da immer Wege. Ich finde das aber auch schwierig, bei so einer Gruppe da jedem gerecht zu werden. Deswegen motze ich da auch nicht rum und ich verstehe das, dass das nicht jeder versteht und bla bla bla. Ich versuche da immer so unterm Radar zu bleiben und keine Szene zu machen. Nicht so wie, wenn man auf einem Event eingeladen ist, wo explizit gesagt wird, wir gucken, dass es was Veganes gibt und ich deswegen absolut nichts esse davor, weil ich denke, ich will ja dann beim Essen essen. Aber bei so Aktionen, da gönne ich mir so einen Snack mal vorher, damit ich dann irgendwie nicht im Notfall so einen leeren Bauch habe. Aber ja, da hatten wir Jugendweihe und keiner hat uns gesagt, dass der Dresscode blau ist. Das war das. Und dann war ich gestern, genau, du hast es schon gesagt, ich war gestern beim Launch-Event von Tom und Bill. Die haben zusammen mit McDonald's ein Menü rausgebracht. Da gab es außen auch einen Dresscode, der war einfach nur Glamour. Also es war relativ einfach. Und ich habe mich nackig gemacht und dann so einen Paris Hilton Glitzer-Dress angezogen. Und dann sah ich aus, als ich in den Spiegel geguckt habe, in meinem Kopf habe ich die Femme Illusion gehabt und dann gucke ich in den Spiegel und nicht sehr aus wie Ken, der sich mal in Barbies Kleiderschrank bedient. Ja, das Problem ist, dein Körper, du hast ja einen sehr sportlichen, sehr trainierten Körper. Inzwischen. Und wenn du dann so ein Kleidchen, das sieht dann immer so aus, so ein bisschen, also das geht nicht mehr auf die Rechnung. Weißt du, wie ich meine, wie ich wollte es nicht sagen, aber wie ein Cross-Dresser. Ja, ja, also du hast jetzt kein zartes Körperchen mehr, das muss man sich einfach eingestehen. Und dann Spaghetti-Trägerchen auf zehn Meter Kreuz, das ist nochmal eine andere Hausnummer. Aber ich habe das mit Stolz gerockt, ich habe das dann angezogen, habe in den Spiegel geguckt und ich so, ja okay, in meinem Kopf sah das irgendwie weiblicher aus, egal, muss es ja auch nicht. Und dann habe ich gedacht, nee, eigentlich ist es irgendwie auch geil. Irgendwie ist es geil, weil es wieder so mit Normen bricht und dann darf man gern sehen, dass da ein Kerl im Kleid steckt. Was ist das für ein Menü, was die rausgebracht haben? Das ist einfach so ein Burger mit einem veganen Paddy, das heißt, das Fleisch ist Beyond Meat, das ist vegan, finde ich schon mal ganz gut. Und dann mit so einer Chili-Mango-Soße, Käse, ist dann halt nicht mehr vegan. Es gibt Käse mit drauf und Salat und so weiter. Und dann bei Bill im Menü ist ein Milchshake-Vanille mit drin und Curly Fries. Und bei Tom im Menü zu dem Burger ist Sechser-Nuggets vegan. Die sind sehr lecker, kann ich empfehlen. Oh, hole ich mir. Und mit Cola dabei. Ich habe nämlich heute das Plakat gesehen bei uns in Koblenz, riesengroß, das Kaulitz-Menü. Abgefahren. Und ich möchte mal was dazu sagen. Achtung, ich habe nämlich nachgedacht, das war drei Minuten vor meinem Unfall, da konnte ich noch klar denken. Deswegen bist du um die Ecke gerannt. Vielleicht auch nur wegen den Kaulitz. Bill und Tom sind schuld, ja. Wir reden ja sehr, sehr oft über Marketing und Werbung und den richtigen Werbepartner aussuchen oder halt eben auch nicht. Und Kai Pflaume und so weiter. Wenn es Kai Pflaume nicht ist, fragen sie halt Günther Jauch, um nicht anzuecken und so. Und ich hatte nie die Verbindung zu Kaulitz, weil ich kein Tokio-Hotel-Fan war. Und ich weiß auch nicht viel über die beiden, außer dass ich sie sehr sympathisch finde. Und muss trotzdem sagen, dass wer auch immer das Marketing bei McDonalds macht, hat das gut gemacht, indem er die beiden ausgesucht hat. Denn sie haben jemanden geholt oder zwei Leute geholt, die sehr bekannt sind. Ich glaube, die Kaulitz-Brüder haben, glaube ich, drei Prozent weniger Wiedererkennungswert nur als Angela Merkel. Also sind sehr, 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 sehr hoch. Und die stehen für etwas und die haben eine Haltung. Wie auch immer die Haltung ist, soll mir wurscht sein. Aber sie haben eine Haltung und sind auch, ich will nicht sagen unbequem, aber McDonalds hat sich damit nicht die bequemste Lösung ausgesucht. Ja, an Ecken ist ja auch immer so negativ. Und das meine ich gar nicht negativ, sondern es ist mal ein bisschen außerhalb der Mold. Und ich finde das sehr, sehr gut und ich glaube, dass sie da richtig toll gelegen haben, dass das eine super Sache, eine super Kampagne wird und muss sagen, dass das endlich mal ein Werbedeal ist, den ich gut finde. Richtig gut finde ich das. Gute Wahl. Kann ich unterschreiben. Bill hat zum Beispiel in seinem Podcast letzte Woche gesagt, als über diese Werbekampagne gesprochen wurde, dass er gefragt wurde, Und wie fühlt es sich denn an, wie fühlt es sich denn an, jetzt Everybody's Darling zu sein? Weil du weißt ja, früher Toguitel haben ja unglaublich viel Hass bekommen. Ganz Deutschland hat die gehasst. Und auch erwachsene Männer, die denen auf Konzerten wirklich Bierflaschen an den Kopf geschmissen haben und so. Also das kannst du dir nicht ausmalen, was diese Kiddies mit 14, 15 für einen Hass erfahren haben und trotzdem diese Karriere hingelegt haben. Und jetzt haben die ja nochmal so ein zweites Karrierehoch mit Heidi, mit Gasti Rohr bei Topmodel, dann einer der erfolgreichsten Podcasts. Musikalisch läuft es auch wieder besser. All diese Sachen, die sind wieder überall zu sehen. Und deswegen haben manche Leute sie so abgespeichert wie Everybody's Darling. Aber man darf nicht vergessen, dass gerade auch ein Bill Kaulitz, der ja Gelnägel trägt, der Plateauschuhe trägt, der sich schminkt, der ein sehr femininer Mann ist, mit Glitzerpaillette und so. Und das, ohne sich dafür zu entschuldigen, sondern er liebt das und er sieht das als Selbstverständlichkeit, dass der auch, wenn Leute ihn als Everybody's Darling sehen, dass der, wie du gerade gesagt hast, immer noch eine sehr große Kontroverse bei ganz vielen Leuten auslöst. Und das finde ich so krass und deswegen finde ich es auch ein gutes Zeichen, wie du gerade sagst, dass McDonald's sich in Anführungszeichen, das sind jetzt nicht meine Worte, sich in Anführungszeichen was traut mit den beiden. Denn das haben die auch gesagt, dass sie manche Kooperationspartner oder Anfragen haben, wo dann als Feedback kommt, tut uns leid, aber Bill ist uns zu kontrovers. Das können wir nicht. Und das finde ich krass. Das finde ich krass, dass jemand mit so einer Weltkarriere immer noch als zu kontrovers gilt, weil der deutsche 0815-Spießbürger immer noch einen Stock im Arsch hat. Ja, ja. Ja, das ist wirklich so. Hast du sowas jemals gesagt bekommen? Nee, ich wollte nämlich gerade sagen, man erfährt das ja ganz oft nicht. Du erfährst ja die Anfragen, die nicht stattfinden, nicht. Ich weiß, dass es mit Sicherheit diese Kontroverse auch meiner Person gegenüber gibt. Die größten Karriere, ich sage es vorsichtig, Schwierigkeiten hat mir aber und wohl legebracht. Für Sex-Toys zu stehen und Sex-Toys zu bewerben und zu verkaufen, über Sex zu sprechen. Und das auch mit Orion vorher? Ja, ich denke schon. Da ist es mir nie so bewusst gewesen. Aber jetzt so im Nachgang, wo ich ja sehe, was es für Marketing-Möglichkeiten gäbe oder Werbepartner-Möglichkeiten gäbe. Und auch jetzt zu den Zeiten, wo ich manchmal eine Anfrage stelle. Also es gibt auch Menschen, mit denen würde ich gerne zusammenarbeiten, die sagen nein. Die sagen natürlich nein. Wir haben gerade keine Kapazitäten. Frag gerne nächstes Jahr nochmal, unser Werbebudget ist gerade aufgebraucht. Aber auch darauf das Ja und darauf das Ja gab es das nicht. Ist nichts zustande gekommen. Aber ja, Outfolé und Sex-Toys zu bewerben, über Sex und Trennungen zu sprechen, gerade diese unbequemen Themen. Das ist was, da möchten auch viele sich von distanzieren. Auch, wenn ganz oft die Antwort kommt, zum Beispiel wenn wir anfragen. Wir sind große Fans von Nicolette hier im Büro. Aber aus dem und dem Grund und dem und dem Grund. Das ist schon schade. Und das ist auch der Grund, warum ich gucken muss, dass zum Beispiel Outfolé läuft. Und dass das Ding auch Geld abwirft, weil ich natürlich dann auch nicht einen Preis dafür zahle. Ja, ich zahle einen Preis dafür, diese Firma groß zu ziehen. Und ja, aber so ist das nun mal. Da braucht man sich gar nicht drüber aufregen. Da wird sich auch erstmal, glaube ich, nichts ändern. Trotzdem möchte ich beleuchten, dass sich schon viel geändert hat. Und, was man auch nicht vergessen darf, ich und auch du und viele andere, Juni, Juli und manchmal auch noch August sind auch Monate, wo wir unser großes Geschäft machen, gerade zu den Pride-Monaten. Und das ist auch eine Chance, die andere wiederum nicht bekommen, beziehungsweise mittlerweile auch Leute bekommen, die sie eigentlich nicht bekommen sollten. Wobei das dieses Jahr, habe ich das Gefühl, anders aussieht. Also dieses Jahr ist das sehr, sehr spärlich mit Anfragen für die Pride-Season. Sehr, bei mir auch. Und ich wollte es gerade sagen, das ist nicht nur mir aufgefallen, sondern auch Freunde, Creator-Freunde, Queere, mit denen ich mich unterhalten habe. Aber dieses Jahr ist, na, nicht, nee. Ja, wir steuern auf den Juni zu. Und ich muss auch behaupten, dieses Jahr, muss ich sagen, kann ich die Anfragen an einer Hand abzählen, die damit zu tun haben. Manchmal kommt es noch Last Minute. Ich meine, das kennen wir ja auch zu gut. Das möchte ich auch gar nicht beschwören. Hassen wir? Hassen wir alle? Montags zu fragen, kannst du dienstags mal eben nach München fliegen? Weil wir haben da einen Auftrag, könnte ich kotzen jedes Mal. Machen tue ich es dann trotzdem. Aber grundsätzlich, wir haben jetzt Mitte Mai und es sieht wirklich mau aus, was diese Pride-Kampagnen betrifft. Sehe ich, unterschreibe ich sofort. Hast du in solchen Momenten, wenn dir sowas auffällt, das ist eine sehr persönliche Frage, aber hast du in solchen Momenten Gedanken und vielleicht auch ein kleines bisschen Sorge, dass dein Momentum gerade vorbei ist oder pausiert ist und das jetzt gerade ein bisschen abäppt. Und weißt du, was ich meine? Weil ich habe das Gefühl, so Karrieren, die sind ja auch in Wellenform. Also mal bist du auf dem Hoch und vier Jahre später hat jemand anderes ein Momentum und dann machst du natürlich nicht mehr einen Umsatz wie vor vier Jahren und dann kommt das mal wieder, aber das ist nicht absehbar und so. Also ich habe das schon, ganz ehrlich gesagt, dass ich das denke. Also das denke ich sehr, sehr oft. Ich bin eigentlich jede Woche aufs Neue der Meinung, meine Zeit ist rum. Was mir zum Beispiel auch auffällt, ist, wenn ich auf so Influencer-Events bin, alle haben irgendwie mehr Likes, alle haben mehr Kommentare unter Bildern und ich kann natürlich auch nicht behaupten, dass mich das kalt lässt. Dann sehe ich zum Beispiel Menschen, die haben viel weniger Follower als ich, die haben aber 35.000 Likes unter einem Bild und ich habe dann manchmal 3.000 Likes. Das finde ich dann auch immer so schade und denke mir, warum könnte meine Community nicht da so ein bisschen aktiver sein? Auf der anderen Seite hatte ich wieder mal eine ausverkaufte Tour, weißt du also. Und meine Sextoys und meine Kerzen und alles andere, was ich bewerbe, das geht ja auch immer über die Ladentheke. Also ich muss schon sagen, ich glaube, ich habe einfach eine reife Community, die mich an den richtigen Punkten unterstützt. Dennoch, ich bin mir absolut bewusst darüber, dass dieses Business, in dem ich bin, das Showbiz, es kann von heute auf morgen sein, dass die Anfrage deines Lebens kommt. Es kann aber auch sein, dass du in einem Jahr einfach nicht mehr so relevant bist. Und da sind wir wieder bei diesem Thema, was wir neulich besprochen haben, wie wichtig ist denn das Internet eigentlich? Wenn ich scheiße bin, ist es auf einmal total wichtig, aber wenn ich auf Aufträge angewiesen bin und nichts kommt, denke ich mir, ach, anscheinend bin ich doch nicht mehr so wichtig. Wir müssen uns einfach im Klaren darüber sein, dass wir immer Plan B und C in der Tasche haben müssen. Und das halte ich für wichtig. Und bin mal allgemein gespannt, wo uns das die nächsten zehn Jahre hinführt. Ich würde gerne wissen, die Influencer, die Top Ten in Deutschland, Millionen von Follower, was machen die wohl in 20 Jahren? Ich würde das gerne wissen. Das ist interessant, aber ich finde auch interessant, was du gesagt hast. Und ich glaube, ich würde da anders rangehen von der Denke. Von wegen, ich wünschte mir, meine Community wäre da ein bisschen aktiver. Ich verstehe, was du meinst. Aber ich habe das Gefühl, dass gerade du und ich, die ja jetzt auch eine relativ große Reichweite schon über Jahre hin mit uns mittragen, dass ganz viele Leute da einfach, das sind tote Accounts oder Leute, die einfach jetzt nicht mehr aktiv sind. Und dann schaust du dir andere, dann schaust du dir Leute wie, ich liebe sie total, ich finde sie ganz lustig und großartig und persönlich auch wirklich toll, eine Gazelle, die jetzt in den letzten zwei Jahren einen riesengroßen Hype hatte oder gerade hat. Und die jetzt natürlich, das sind alles neue, aktive Follower, die sie jetzt gerade entdeckt haben. Und dementsprechend sind die natürlich da auch im Engagement höher und liken und kommentieren und so weiter, weil sie die noch nicht so lange sehen. Jetzt haben wir aber Leute, die uns irgendwie schon vor acht Jahren, vor neun Jahren, vor zehn Jahren angefangen haben zu folgen, die schauen nicht mehr jeden Tag vorbei. Und den werden wir im Zweifelsfall auch gar nicht mehr angezeigt durch den Algorithmus. Und das ist halt die Schwierigkeit, dass man seine Relevanz trotzdem irgendwie behält. Das ist super schwierig. Sehe ich genauso wie du. Man muss an der Stelle auch ehrlich sein, ich unterteile die Influencer-Branche in zwei Abteilungen. Einmal die Urgesteine, wie wir, die es noch bequem hatten. Ich sage dieses Beispiel immer wieder, meine ersten Kooperationen, da habe ich ein nettes Selfie gemacht, hatte das Produkt in der Hand, habe einen fertigen Filter drüber geschmissen, musste drunter keine Werbekennzeichnung schreiben und konnte einfach schreiben, liebe das Shampoo. Und dann ist das durch die Decke gegangen und der Kunde hat sich bedankt und dich direkt noch zehnmal gebucht. So läuft das heute nicht mehr. Heute musst du dir die Warner Brothers und Steven Spielberg einladen und ein ganzes Kamerateam, damit du hinterher trotzdem angeschissen wirst, dass es nicht reicht. Und die neue Generation, gerade diese TikTok-Generation, die am Tag drei Reels raushauen, drei TikTok-Videos raushauen, die lustig sind, die auch so Rollenspiele machen, die viel Comedy machen oder auch so kontroverse Dinge machen, die boomen halt im Moment. Die werden gebucht. Ich möchte nicht sagen, dass die unbedingt Geld verdienen, weil wir uns oft täuschen. Die neue Generation verdient nicht so viel Geld, wie wir das einst getan haben. Das liegt aber auch daran, dass es übersättigt ist und dass viele Plattformen, es gibt Menschen, die haben drei Millionen Follower auf TikTok, die haben trotzdem noch einen Hauptjob, weil es nicht reicht. Das darf man nicht vergessen. Aber ja, ich unterteile das in diesen zwei Abteilungen und diese neue Generation ist nun mal auch einfach sehr, sehr engagiert, motiviert und fleißig. Das bin ich zum Beispiel nicht. Ich bin ja auch faul. Das letzte Mal ein Bild gepostet oder ein Reel gepostet, ist auch schon wieder Wochen her. Ich merke aber auch immer mehr, dass mir das gar nicht mehr so viel Spaß macht, wie es das einst tat. Es ist einem auch nicht mehr so wichtig. Es ist nicht mehr so wichtig. Ich kann mittlerweile andere Dinge machen. Und auch wenn ein Teil unserer Community tot ist, der andere Teil sind mittlerweile auch erwachsene Menschen in unserem Alter. Und ich kann nicht von 40-jährigen Menschen, die mir zuschauen, verlangen, dass die süße Sachen kommentieren oder Bilder liken. Die möchten von mir Inhalt, die möchten irgendwas mitnehmen für ihren Tag oder sich unterhalten fühlen. Der Rest ist denen scheißegal. und möchte behaupten, dass diese neue Abteilung noch eine ganz andere Followerschaft hat, die ja auch sehr, 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 sehr jung ist. Also, dass ich da faul geworden bin oder mir das nicht mehr so wichtig ist, finde ich, sagst du schön. Das ist halt eben auch Teil vom Ganzen. Also, gar keine Frage. So habe ich das gerade richtig gehört. Hast du mich gerade 40 gemacht? Ich möchte mal nichts sagen, aber Achtung. Ich spreche nur von mir. Nein, ich meine unsere Community. Nur unsere Community, die zum Teil 40 ist. Du hast mich gerade 40 gemacht. Eine Person, die hier mal zu Gast war, hat mich gerade erst zu 50 gemacht. Daher, die 40 nehme ich gerne dankend an. Echt? Mhm. Echt. Ach, Mensch. Ja, es gibt doch immer diese Quertreiber, die einfach keine Ruhe geben. Ja, denen muss man auch gar nicht so viel Aufmerksamkeit schenken, liebe Leute da draußen. Das könnt ihr euch auch mal hinter die Ohren schreiben. Könnt ihr euch auch mal. Wir haben andere Sachen zu tun. Ganz andere Probleme. Und zwar zum Beispiel uns mit unseren Küchenschaben und Küchenhelfern auszutauschen. Und zwar habe ich gerade auf unserem Instagram-Kanal, auf Teufelsküche, der Podcast, habe ich mal gefragt, so, was habt ihr denn so für Probleme, die Nicolette und ich durchkauen könnten? Jetzt sind dann natürlich so die gängigen Fragen, die du auch gerne bei deinem Dirty Donnerstag bestellst oder beziehungsweise beantwortest dabei gewesen, aber auch noch ein oder andere interessante Sachen. Eine Sache aber, bevor wir in diese Fragen reingehen. Du hast gerade eben gesagt, ja, die Leute auf TikTok und bla bla bla, die da so einen Hype haben. Ich frage mich allen Ernstes, warum du deinen Dirty Donnerstag nicht parallel auf TikTok postest. Das würde durch die Decke gehen. Du hättest Abermillionen von Followern. Wenn du jede Sequenz, du machst es ja inzwischen mit diesem Sticker-Fragetool, wenn du das einfach statt nur hochladen einmal runter savest und dann so eins zu eins als TikTok eine Frage beantworten. Ich schwöre dir, Millionen von Followern in ein paar Monaten. Das haben wir eine Zeit lang gemacht. Wir haben das, glaube ich, sogar ziemlich lange gemacht. Ein Jahr hatte ich jemanden, die hat für mich die Videos abgespeichert und dann bei TikTok hochgeladen und auch nochmal fein säuberlich die Frage reingeschrieben. Und das hat gar nicht so gut funktioniert, wie man das annimmt, wie du das annimmst. Ja, ich muss sagen, da gab es gar nicht so viel Aufmerksamkeit. TikTok ist aber auch nicht meine Plattform, auf der ich stattfinden möchte. Okay, interessant. Was TikTok mir bringt, ist ein Publikum, was manchmal schwierig ist. TikTok bringt ganz viel Hass. Also was auf TikTok los ist, das ähnelt so ein bisschen Facebook. Du hast natürlich eine andere Reichweite. Deine Sachen werden ja viel weiter gestreut. Und demnach bekommen das auch Leute in die Hände, die Sachen ablassen, die ich nicht gut finde. Jetzt ist das gar nicht so mein größtes Problem. Wir kennen mich ja, ich lese mir ja irgendwie nie was durch, weil ich auch gar nicht weiß, wie man sich Sachen durchliest. Jetzt ist es raus. Willst du es erzählen? Nee, aber letztens war irgendwas, ich sollte irgendwie auf einen Kommentar antworten. Ich wusste gar nicht, wie ich in die Spalte reinkomme. Also für alle, die mich in Kommentaren beschimpfen. Ihr müsst mir erst mal erklären, wie ich die Beschimpfungen finde. Deswegen bin ich auch immer so relaxed. Deine SIM-Karte, wo du auch nicht richtig viel hinsen hast. Ach, da kommen wir gleich zu, Mann. Mein Technikwissen ist auch fürs Arschloch. Aber ich möchte nur kurz sagen, dass TikTok nicht meine Plattform ist. Ich kann das gar nicht genau beschreiben. Das ist nicht meine Zielgruppe, mein Publikum. Das ist mir zu aggressiv da. Ich fühle mich auf Instagram sehr wohl. In meinem Kopf gibt es auch immer noch dieses Instagram von vor sechs, sieben, acht Jahren. Dieses wunderschöne Instagram, was es einst war, was so viel Spaß gemacht hat. Und ja, so. Period. Ja, du fliegst bald in die USA und hast überlegt, wie mache ich das dort mit Datenvolumen? Was ich heute beim Friseur saß, saß meine Freundin, sagte meine Freundin, als sie mir die Haare färbte. Wir haben über mein Talent gesprochen, dass ich gut schreiben kann und Sprache gut kann und so. Und da hat sie mich gefragt, was sind denn deine Schwächen, was kannst du denn doch nicht so gut? Da habe ich zu ihr gesagt, Janna, alles, was mit Technik zu tun hat. Ich bin wirklich eine Technik-Legasthenikerin. Ich kann gerade so meinen Laptop anmachen. Ich glaube, wenn mein Handy ausgeht, würde ich es nicht mehr anbekommen. Ich fliege nach Amerika und habe die Community gefragt, wie ich das SIM-Karten technisch lösen kann. Denn als ich nach Thailand flog oder Vietnam, bist du am Flughafen zu so einer Bumsbude gegangen. Und für 15 Euro haben sie dir die SIM-Karte ausgetauscht, alles eingestellt und hat das Internet bis unters Dach für kleines Geld. Daraufhin hast du mir eine Plattform empfohlen. Wir können die ja auch ruhig mal nennen. Die heißt Holafly. Liebes seit Jahren. Ja, haben mir sehr viele empfohlen, muss man dazu sagen. Also du bist nicht die einzige Person, die das toll findet, haben mir viele Follower geschrieben. Und eine eSIM, das wusste ich vorher gar nicht, ist quasi eine digitale SIM, die automatisch auf dem Handy gespeichert wird. Und das klang für mich erstmal ganz toll. Brauchst du keine SIM-Karten irgendwo kaufen, bestellen und austauschen. Und dann habe ich die gekauft. Super einfach. Du gibst einfach nur an, wie viele Tage du im Urlaub bleibst und wo. Und kannst die bezahlen und dann hast du sie auf dem Handy. So. Jetzt habe ich die vorzugsweise ja schon mal installiert, weil da stand, man braucht eine gute WLAN-Verbindung. Jetzt wusste ich nicht, habe ich denn dort eine WLAN-Verbindung, um das zu installieren. Und zack, war das Ding auch installiert, ging ruckzuck. Und das Blöde ist, ab jetzt laufen schon meine Streaming-Tage und ich fliege erst in drei Tagen. Das heißt, mir fehlen am Ende vom Urlaub drei scheiß Tage, die jetzt schon am Laufen sind. Und ich habe dich gestern kontaktiert und dich angeschrieben und gefragt, was mache ich jetzt und wie geht das? Und noch mal ein Screenshot geschickt, aber da steht das und hier steht das. Und du hast dir wahrscheinlich gedacht, kann der mal einer das Telefon endlich wegnehmen? Naja. Auf jeden Fall habe ich jetzt eine amerikanische E-SIM im Handy und die würde auch funktionieren, wäre ich jetzt in Las Vegas. Hättest du auch einfach mal gelesen, was ich dir geschrieben habe vor drei Tagen, dass du warten sollst mit dem Aktivieren. Scheiße. Ja, naja. Die Sache ist, installieren und aktivieren ist ein Unterschied bei dieser Firma. Da steht, installieren Sie das Ganze, aber aktivieren Sie nicht das Ganze. Und meiner Meinung nach, ich habe ja jetzt das Streaming für die USA ausgeschaltet, heißt das für mich, dass es nicht aktiviert ist. Ja, sehen wir dann mal, ne? Schauen wir mal. Sehen wir dann mal. Aber ich habe ja auch Angst, dass nebenbei trotzdem noch mein deutscher Anbieter am Streamen ist, am Romen ist, Romeningen ist. Und dass ich dann hinterher 7000 Euro zahle. Ich habe so Angst, ich kenne mich ja nicht aus. Nee, musst du einfach ausschalten, habe ich dir gezeigt. Ich werde am Samstag, bevor du fliegst, nochmal Notfalltechnik-Support machen und das kriegen wir hin. Und da bin ich bei dir. Ich mache das auch schon seit Jahren, wie gesagt. Danke. Thank you. Pass auf. Unsere lieben Küchenschaben- und Küchenhelfer haben uns Fragen gestellt zu ihren Problemen. Und das sind relativ viele, die wir auch, glaube ich, relativ gut beantworten können. Ich werde alle anonym halten und ich habe hier schon die erste. Ich glaube, die hast du wahrscheinlich auch schon, na, ich weiß nicht, ob du sie so schon mal hattest. Hier steht, hallo ihr Lieben. Also hier wurde ganz viel in Emojis gearbeitet. Ich versuche zu übersetzen parallel. Hallo ihr Lieben, meine Mama mag meinen Mann oder Boyfriend, ist jetzt nicht ganz definiert, nicht. Sie ist richtig fies zu ihm, haben schon darüber gesprochen, es hilft nicht. Was soll ich tun? Das finde ich kacke von der Mama. Und ich frage mich, warum sie ihn denn so scheiße findet. Das wäre jetzt eine wichtige Side-Info, finde ich. Das wäre, also wenn du mir die Info noch geben könntest, warum sie deinen Freund nicht mag. Ihr habt ja schon mal gesprochen darüber. Dann wird das nochmal helfen, das Problem irgendwie zu erörtern. Denn wenn sie ihn nicht mag, weil sie der Meinung ist, der ist ein schlechter Mensch und der hat schlechte Werte und so weiter. Und der ist nicht d'accord mit den Werten, die du sonst lebst. Dann würde ich nochmal in mich selbst reinhören und gucken, was die Mama denn da vielleicht Ehrliches an sich hat. Ansonsten bin ich der Meinung, die Mama hat sich da rauszuhalten, weil es dein Leben ist. Was sagst du da dazu? Das Gleiche. Mich würde der Grund interessieren, aber man muss immer dazu sagen, bitte uns ehrlich den Grund sagen. Und nicht sagen, die Mama mag ihn nicht, weil die mag ihn einfach nicht. Bin mir sicher, dass die Mama irgendeinen Grund hat. Inwieweit er gerechtfertigt ist, wissen wir nicht. Aber das fände ich auch ganz spannend. Nichtsdestotrotz muss sich die Mama ja auch so ein bisschen zügeln. Denn wenn du sagst, das ist jetzt mein Typ und ich finde den toll und ich finde den gut, dann muss die Mama sich leider ein bisschen zurückhalten und das so respektieren, wie es ist. Ich verstehe aber auch, dass die Mama da Kritik äußert, weil im Prinzip, ich glaube, wenn du ein gutes Verhältnis mit deiner Mutter hast, dann ist jegliche Kritik, die sie äußert, eigentlich nur im Interesse für dich, weil sie dich schützen will, weil sie das nicht bei dir sieht. Also gehe ich jetzt einfach mal davon aus. Ich gehe einfach davon aus, dass ihr ein gutes Verhältnis habt, der sich gut kommuniziert. Und deswegen würde ich instinktiv erst mal gucken, okay, warum denkt meine Mama so? Kann ich das nachvollziehen oder nicht? Und ja, aber ansonsten, du bist selbst groß, musst du selbst wissen. Ich glaube, es wird irgendwann mal schwierig. Ich glaube, es wird richtig schwierig. Und im Zweifelsfall, wenn du nicht davon abkommen möchtest von diesem Thema, dann musst du deiner Mama auch Grenzen aufweisen. Das ist ganz, ganz wichtig. Da hat Nicolette, spricht das ja auch schon seit Jahren an die Community ran, nur weil man verwandt ist, hat man keine Schuld. Also du brauchst keine Schuldgefühle haben, du brauchst kein falsches Pflichtbewusstsein deiner Familie gegenüber haben. Du bist selbst ein erwachsener Mensch. Was in der Kindheit war, war in der Kindheit, jetzt sind wir alle erwachsen, können miteinander sprechen. Und wenn es deine Eltern nicht schaffen, mit dir erwachsen umzugehen und deine Entscheidungen zu respektieren, dann finde ich das schon schwierig. Denn du musst ja auch die Entscheidungen deiner Eltern respektieren und tolerieren. Also du redest da ja auch nicht rein, im Zweifelsfall. Ich finde, das ist keine Einbahnstraße. Genau. Hast du so Themen mal mit deinen Eltern gehabt, wo du gesagt hast, boah, das ging gar nicht? Oder dass sie auch einen Freund von dir nicht akzeptiert hatten oder sowas? Meine Mutter hat eher Sympathie für Männer empfunden, die nicht gut für mich waren, obwohl ich das ganz klar kommuniziert habe. Das ist also quasi die umgekehrte Geschichte. Und das gibt es auch, und das halte ich für mindestens genauso furchtbar, wenn nicht sogar noch schlimmer. Eine Mutter, die sagt, halte ich von dem Mann fern, der ist nicht gut für dich, der geht es ja in erster Linie auch immer noch um den Schutz des Kindes. Eine Mutter, die aber einen Mann in Schutz nimmt, obwohl du klar und deutlich sagst, der ist nicht gut für mich, der tut mir weh, das macht was mit einem Menschen. Das ist gar nicht gut. Ja, ja, alles durchgekaut, alles schon durchgehabt, monatelang, jahrelang viel diskutiert und geredet. Und ja, also es gibt auch noch die andere Facette. Aber mit welcher Lösung am Ende? Ich würde so schnell wahrscheinlich keinen Mann mehr mit nach Hause nehmen. Das würde ich erst mal für mich, ganz lange für mich behalten. Aus dem Grund, ich finde es schön, wenn sich Eltern mit Schwiegertochter, Schwiegersohn in Spee gut verstehen. Nichtsdestotrotz hat das Kind immer noch Priorität und nicht die Wunschvorstellung, wie wir das Kind gerne hätten und so weiter. Und ich glaube, dass es das auch gerade in der Mutter-Tochter-Welt ganz oft gibt. Mütter wünschen sich für die Tochter jemanden, der sie beschützt, der sie versorgt, mit dem sie Familie gründen können. Denn, auch wenn wir immer so tun, dass wir in der modernen Welt leben, viele Mütter sind noch sehr traditionell und altbacken und machen sich Sorgen um ihre Tochter, wenn die erwachsen und Single ist. Weil du musst ja auch irgendwann dir mal einen Mann suchen. Und dann wird dieser Schwiegersohn schnell idealisiert und auf den Podest gestellt, wo der gar nicht hin sollte. Und wenn dann die Tochter sagt, ich trenne mich jetzt, es gibt doch keine Kinder und doch keine Ehe. Wenn dann Mütter oder Väter den Kopf schütteln und sagen, überlegst dir doch nochmal, obwohl der Mensch vielleicht nicht gut war für die Tochter, halte ich für sehr, sehr schwierig. Sehr schwierig. Komplette Grundsatzdiskussion. Ja, absolut Grundsatz. Muss man auch mal erörtern, gemeinsam mit dem Elternteil, wo das herkommt überhaupt. Weil das ist ja, also habt ihr da auf einen Nenner kommen können irgendwann? Nein. Okay. Nein. Also hast du dich irgendwann auf einen? Ich lasse viele Dinge ruhen, familiär. Ich nehme Dinge so hin, wie sie sind. Den Seelenfrieden. Ich habe mich für den Seelenfrieden entschieden, auch auf Kosten meiner Haltung und meinen Werten. Aber ich habe mich dafür entschieden und so löse ich das sehr, sehr gut. Ich habe übrigens ja vor kurzem, hatten wir das Thema von meiner Mutter nochmal angesprochen, dass ich gesagt habe, ja vielleicht sollte ich da jetzt einige Sachen nochmal klären, bevor ich irgendwie auswandere und all diese Sachen. Ja. Und man weiß ja nie. Und habe angefangen, mich so ein bisschen zu nähern, indem ich mal eine Nachricht geschrieben habe, hey wie geht's dir, ich hoffe es geht dir gut, ich denke an dich, bla bla bla, so ganz vorsichtig. Und dann war sie natürlich total überschüttet mit Liebe hat sie sich, glaube ich, gefühlt und war total euphorisch und hat mich dann bombardiert mit Nachrichten und das ist mir sofort wieder zu viel geworden und ich konnte nicht mit umgehen. Und habe wieder einen Gang zurückgeschaltet, aber es war okay irgendwie und dann hat sie wieder und ich glaube, ich habe das letztes Jahr auch schon erzählt, es war ja Muttertag vor kurzem. Und ich gratuliere meiner Mutter zum Muttertag nicht, das ist für viele vielleicht ein bisschen forsch oder doof und viele können das nicht nachvollziehen, aber ihr wisst auch nicht, was ich für eine Kindheit hatte und meine Beziehung zu meiner Mutter ist einfach sehr gestört, obwohl die mich über alles liebt und sie das glaube ich auch nicht ganz greifen kann. Aber es ist doch deine Mutter, Candy. Ja, ja genau. Und genauso ist sie aber auch. Aber ich bin doch deine Mutter, du bist doch mein Sohn. Und ich möchte in diesem Gespräch, wenn dieses Argument kommt, nicht immer wieder auspacken, warum ich so fühle, wie ich fühle, weil ich einfach nicht verstehe, dass meine Mutter das nicht nachvollziehen kann. Sie weiß, was für Scheiße gebaut worden ist von ihrer Seite und es tut ihr auch unglaublich leid und das ist auch, das finde ich auch gut, dass sie das versteht, aber dass sie es nicht ruhen lassen kann und dann einfach meine Distanz nicht so verstehen kann. Und was sie jetzt gemacht hat zum Muttertag, genauso wie die Jahre zuvor auch, als ich mich dann abends um sieben immer noch nicht gemeldet hatte, hat sie ein gebrochenes Herz-Emoji geschickt. Und das war so eine Micro-Aggression, die eigentlich schon gar nicht mehr micro war, sondern diese Liebe einfordern vom Kind. Und das ist, ich finde das sowas Unangebrachtes, vor allem wenn ein gestörtes Verhältnis da ist, das auf jeden Fall aufgrund der Eltern gestört ist und nicht, weil das Kind irgendwie scheiße ist, das hat mich schon wieder so getriggert und das hat mir so weh getan und das hat alles wieder, ich habe dann kurz darüber nachgedacht, scheiße, ich hätte mich melden sollen, jetzt tut es mir irgendwie leid. Und dann ist das sofort umgeschwankt in so eine Aggression ihr gegenüber. Und das will ich nicht. Ich möchte keine Aggression meiner Eltern gegenüber empfinden müssen. Ich möchte da nicht so getriggert werden. Und ja, das hat mich einfach genervt, weil ich gedacht habe, jetzt reiche ich ihr den kleinen Finger und dann wird gleich wieder Liebe gefordert. Ich glaube trotzdem, dass mehr erwachsene Menschen mit einer Grundaggression, einer Wut, einer Trauer ihren Eltern gegenüber durchs Leben gehen, als wir eigentlich annehmen. Viel mehr Menschen da draußen sind so in Rage und so in einer verletzten Wut Vater oder Mutter gegenüber. Das können wir uns, glaube ich, gar nicht vorstellen. So viele struggeln damit, dass sie dieses Verhältnis gerne irgendwie ein wenig repariert hätten. Ich glaube, wenn in den ersten 10, 20, 30 Jahren so viel Ungestüm passiert, du kriegst es kaum gefixt. Ob mit oder ohne Unterstützung der Eltern, mit Eingeständnis, mit um Verzeihung bitten. Ich glaube, was in den ersten Jahren deines Lebens passiert. Wenn du das nicht haben willst, diese Wut, schaffst du das nur durch Verdrängung. Einfach Verdrängung. Ja, ist wirklich so. Ist schade. Ich glaube auch, dass das für immer so eine offene Wunde bleiben wird. Ja. Und da ein Pflaster drauf zu kleben, das bringt halt nichts. Die Wunde bleibt offen. Du kannst aber mit Wunden leben. Genau. Und das ist das, was ich jetzt sagen wollte. Ich muss einen Weg finden, damit einfach umzugehen. Zu sagen, ja, da ist die Wunde. Und ich habe mich jetzt dran gewöhnt im Prinzip. Ja, ja. Das ist aber schon anstrengend. Und das ist so. Es gibt viele Menschen, die fahren zu Mama oder Papa und wissen ganz genau, derjenige regt mich gleich wahrscheinlich wieder auf. Wahrscheinlich fahre ich wieder nach Hause mit Angst, mit Schuldgefühl, mit Wut, mit Enttäuschung, mit Trauer. Und das hat auch nichts damit zu tun, dass man das Schlechte irgendwie manifestiert. Es ist einfach nur die Realität abgleichen. Und damit lebt es sich manchmal einfach einfacher. So nach dem Motto, draußen regnet es und ich habe keinen Schirm, ich weiß, ich bin gleich nass, wenn ich am Auto bin. That's it. Und damit kann man manchmal besser arbeiten, als ständig in der Hoffnung zu leben, ich muss jetzt versuchen, eine Wunde zu schließen. Es wird nicht gehen. Und ich sage nochmal, dieses Gequatsche von alles, was wir brauchen, ruht in uns. Nein, wenn ich ein gestirrtes soziales Verhältnis habe, brauche ich nicht nur mich, ich brauche den Menschen, mit dem ich dieses schlechte Verhältnis habe, um das klären zu können. Kooperiert einer der beiden nicht so, wie es sein sollte, wird es niemals mehr vernünftig sein. Geht einfach nicht. Verzeihung fängt bei sich selber an. Redet nicht immer so ein Quatsch? Gut, hätten wir das auch besprochen. Hatte ich gar nicht auf dem Schirm, das heute noch erzählen zu wollen. Aber gut, jetzt ist es raus. Die nächste Frage kommt auch von einer Frau, die schreibt, ich habe, also, sie hat das in Stichworten geschrieben, ich habe Angst vor einer Trennung, da mein Ehemann betrunken Suizidgedanken äußert. Boah, das ist auch nicht die gleiche Sache, aber auch wieder dieses mit Schuldgefühlen. Wenn jemanden bei sich behalten ist, glaube ich, das Ekelhafteste, was du machen kannst. Ich würde dir sagen, raus da, wirklich raus da, renne, sage ich dir. Ich glaube nicht, dass, also du fühlst dich ja schon unwohl, allein, dass du Angst vor einer Trennung hast, sagt ja schon, dass du schon längst abgeschlossen hast. Was hält dich noch da? Und das ist der Punkt, den ich irgendwann bei meiner Familie verstanden habe, wo es ähnlich war, wie das, was du gerade beschreibst. Irgendwann habe ich verstanden, dass ich nicht verantwortlich für deren emotionalen Achterbahnen bin. Ich bin nicht verantwortlich für ihre mentale Gesundheit. Da sind die schon selbst für verantwortlich. Und du als Freundin oder auch Frau hast wahrscheinlich jahrelang dort unterstützt, wo einfach keine Hilfe angenommen wird. Und dann geh einfach. Das ist super hart, das wird auch wehtun. Aber am Ende ist es, glaube ich, ganz wichtig, hier einen gesunden Egoismus zu behalten. Und dich dann nicht erpressen zu lassen emotional. Boah, emotionale Erpressung. Könnte ich ausrasten. Ganz schlimm. Würdest du auch so sagen, oder? Klar, ist ja voll die Manipulation. Also du kannst ja nicht immer, wenn es brenzlig wird oder sich will irgendjemand trennen, versuchen, denjenigen zu manipulieren. Ich halte das für ziemlich geschmacklos. Und Menschen merken ja auch ganz schnell, wen sie manipulieren können und auch vor allen Dingen wie. Und wenn die einmal die Masche raushaben, die wissen ganz genau, ich muss dies, das und jenes sagen oder machen. Und dann habe ich das, was ich möchte. Die sind ja nicht doof, die machen das immer wieder. Und das Schöne ist, und das sage ich ihr als Ratschlag, du darfst Verantwortung abgeben. Nämlich die, die gar nicht deine eigene ist. Trag Verantwortung für dich selber. Dein Partner trägt die für sich. Wir hatten alle eine schwere Kindheit. Das kann ich aber nicht zum Problem anderer Leute werden lassen. Du bist kein Versuchskarnickel. Und da ist jemand, der besäuft sich und sagt, wenn du gehst, dann gehe ich, hopps. Das ist einfach nur unfair. Ich würde mich da auch nicht beeindrucken lassen. Es ist unfair und es hat auch nichts mehr mit Liebe zu tun. Also ich glaube, wenn man sich fragt, wenn man an einem Punkt ist, wo man sich fragt, ob eine Trennung das Beste ist, dann bist du, glaube ich, schon sowieso fast am Ende der Beziehung. Dann solltest du immer noch mal drüber nachdenken, ist das denn überhaupt noch Liebe? Und was ich hier höre, hat nichts mit Liebe zu tun, sondern das sind gekränkte Egos. Und da ist einfach ganz viel schief auf einer Seite, was du nicht retten kannst und auch nicht deine Aufgabe ist. Hört man die Peng-Schnarchen ganz laut? Gerade eben. Ja, ich dachte, du hast einen gepupst. Nein, sie ist so laut. In meinem linken Ohr, wo ich keinen Stöpsel drin habe, höre ich sie so laut schnarchen. Und rechts, ich denke, oh Gott, kann man die Aufnahme benutzen? Die ist so laut hinter mir am Schnorcheln. Jetzt höre ich es, ja. Könnte aber auch so ein Bauchkrummeln sein. So höre ich mich an, wenn ich gerade wieder faste. Oh je. Die nächste Frage geht so ein bisschen einher mit der Frage zuvor. Denn wenn du Probleme hast, dich zu trennen, wenn du emotional erpresst wirst, dann stimmt da irgendwas auch mit deinem eigenen Selbstwertgefühl nicht. Wenn du wüsstest, was du dir selbst wert bist, würdest du dir so eine Frage gar nicht erst stellen, sondern würdest gehen, weil du es verstanden hast, dass das nicht deine Zeit wert ist. Und hier schreibt jemand, hi, wie arbeitet man an seinem Selbstwertgefühl? Freundin fühlt sich nur gut mit Partner an der Seite. Nicolette. Naja, das ist ja so ein gesellschaftliches Problem, dass Frauen beigebracht bekommen haben, dass sie einen Mann brauchen und dass das ganz wichtig ist. Weil was ist denn sonst die Alternative? Wissen sie nicht, in die Röhre gucken. Und würde man mich fragen, was in all den Jahren mir aufgefallen ist bei Männer und Frauen, dann würde ich zu Frauen sagen, egal wie modern wir sind, egal wie emanzipiert und feministisch wir Frauen geworden sind, insgeheim stellen wir Männer immer noch auf eine Stufe, auf der sie gar nicht gehören. Und die ist nicht mit uns auf einer Ebene. Frauen bewundern Männer, idealisieren Männer, glorifizieren Männer, glauben, sie brauchen Männer. Ohne Mann läuft nichts. Ich mache dies, das und jenes, aber erst dann, wenn ich einen Partner habe. Und das ist die Wahrheit. Ein ganz kleiner prozentualer Anteil der Frauen sagt sich, I don't need it. Und das meine ich auch in keiner böser Art und Form, sondern ich bin genauso viel wert wie die Kerle. Aber die meisten Frauen laufen einfach auf diesem Trip. Und ja, das ist ein größeres Problem, als wir annehmen. Ich hatte vor kurzem ein interessantes Gespräch, wo wir, wo auf dieser Jugend war, wo der Papa gesagt hat, er war zum Herrentag unterwegs in der S-Bahn in Berlin und hat gesagt, es ist ihm, und dieser Papa ist so um die 50 irgendwie, es ist ihm das erste Mal aufgefallen, der muss sich auch sehr schmunzeln, weil das wieder am Anfang dieser Folge knüpft, dass sich Männer keine Gedanken um ihre Umwelt machen. Es ist ihm zum ersten Mal aufgefallen, wie schlimm es ist, in dieser Welt eine Frau zu sein, weil er gesehen hat, wie am Herrentag die besoffenen Jungs oder Männer mit den Mädels umgesprungen sind in der Öffentlichkeit. Dass wie unglaublich sexistisch mit Frauen umgegangen worden ist, wie respektlos. Und dann hat er gesagt, er möchte nicht, dass seine Tochter, die ja jetzt eine Jugendliche ist, dass die noch alleine in den Öffis unterwegs ist, eben wegen dieser Männer. Und da war ich schockiert über diese sehr späte Einsicht. Ich habe mich natürlich auch gefreut, weil ich gedacht habe, okay, toll. Und dann hat er gefragt, was kann man denn da machen? Und dann sind wir in eine Grundsatzdiskussion gekommen und da habe ich gesagt, also was man erstmal machen kann, ist, dass man Jungs und Mädchen gleich groß zieht, mit gleichen Werten und dass man Jungs und Mädchen in der Erziehung nicht anders irgendwie bewertet. Und dass Jungs so sein müssen und Mädchen so sein müssen. Du musst einfach Jungs dazu erziehen, dass sie Respekt vor anderen Menschen und vor Frauen haben. Und die Lösung kann nicht sein, dass man nur Frauen dazu erzieht, dass sie sich klein machen und die Straßenseite wechseln und Angst vor Mann haben müssen. Das kann nicht die Lösung sein. Die Lösung liegt daran, die Jungs richtig zu erziehen. Ja. Unglaublich. Aber weißt du, ich glaube, der Feminismus hat alles getan in den letzten Jahren, was nur geht. Und jetzt brauchen wir den letzten Schritt und das ist die Unterstützung von Männern. Und der findet nicht statt, dieser letzte Schritt. Und was Männer auch tun können, ist, ihren Mund aufzumachen und den Männern, wenn sie beobachten, dass sie scheiße sind zu einer Frau, ihren eigenen Geschlechtsleuten sagen, halt deine Fresse und behandle jetzt die Frau mal respektvoll, rede nicht so mit der. Aber das machen sie einfach nicht, weil Männer ihren eigenen Wert über die Anwesenheit und Erscheinung anderer Männer ausmachen. Die wollen sich da nicht unbeliebt machen. Das ist einfach so. Und ohne die Unterstützung von der männlichen Stimme, die immer noch stärker ist als die der Frauen, kommen wir jetzt auch keinen Zentimeter mehr weiter. Das wäre ja vielleicht auch schon mal ganz nett. Weißt du, als ich den Unfall eben hatte, standen da auf einmal so viele Autos, die nicht weiterfahren konnten, stand ja mitten im Bus in der Kurve und dann sind so zwei Männer ausgestiegen, so richtig schön aus der Mitte der Gesellschaft mit ihrer Handwerkerkluft und dann stehen die neben mir und dann sagen die, ist es jetzt so schlimm, dass wir nicht weiterfahren können oder was? Da sage ich, du könntest ja auch einfach mal fragen, ob jemand Hilfe braucht. Was hältst du davon? Ich meine, es hätte ja auch jemand, es hätte ein totes Kind unterm Bus liegen können. Das konnte ja gar keiner bewerten, das siehst du ja gar nicht von da hinten. Und es waren dann mal wieder erwachsene Männer, die alle Handwerker sind, alle groß und stark, die niemals fragen würden, ob sie irgendwo helfen können. Keine Unterstützung. Das zählt natürlich nicht für eine breite Masse, es waren halt jetzt eben zwei und diese zwei haben nun mal ihre Stimme dafür genutzt, mehr Ärger zu machen. Und ich finde das einfach so erschreckend, weil ich denke, ey, ihr wisst doch ganz genau, wie es um euch steht. Ihr müsst jetzt mal langsam eure Stimme erheben, um einen positiven Beitrag zur Gesellschaft zu leisten. Und nochmal, ich finde Männer so toll und so wichtig, aber es ist einfach absolut an der Zeit, wir brauchen jetzt die Stimme der Kerle für was Positives, in jeder Art und Form. Wenn da zehn fremde Männer sind, die dich auf der Straße beschimpfen, kannst du alleine nichts auslösen. Du fängst dir höchstens noch eine, wenn du dich wehrst. Kommt der elfte Mann daher, der sagt, hört auf mit der Scheiße, benehmt euch mal ein bisschen, hättest du viel größere Chancen, dass sofort Ruhe im Karton ist und den Mehrwert, dass das eventuell bei einem von den Zähnen nicht nochmal funktioniert, weil die untereinander ein ganz anderes Kommunikationstool haben und sich weitaus mehr respektieren. Aber das passiert ja einfach nicht. Die finden das ja auch noch witzig. Aber wem sage ich das? Wir reden von Männern, die sich an Silvester Knaller und Böller kaufen für teures Geld, anzünden, in den Himmel schießen und unten stehen und sich freuen. Vor kurzem, das muss ich jetzt noch kurz abschließend erzählen, bevor wir ins Dessert gehen, im Fitnessstudio, im Gym, hin und wieder habe ich da auch mal so einen netten Smalltalk irgendwie mit anderen Leuten und da war so ein, da wird 18 gewesen sein, Südländer, hübscher Kerl, gut trainiert und der hat mich irgendwas gefragt, weil er irgendwie ans Gerät wollte und so haben wir dann ein, zwei Worte miteinander ausgetauscht und der war super lieb und respektvoll und ich habe mir gedacht, was für ein gut erzogener 18-jähriger Junge, ganz, ganz toll. Dann habe ich den zwei Tage später mit seiner Gruppe Jungs neben mir trainieren gesehen, habe den erlebt, Nicolette, das war ein anderer Mensch. Das war also Erziehung, goodbye, wie die über Frauen und über Mädels gesprochen hat. Dann hat aus diesem netten, gut erzogenen, höflichen Jungen sind so Worte gekommen wie, ja Mann, die Alte will nur von dir gestickt werden, du musst die mal richtig sticken, bis ich mal gecheckt habe, was der meint mit eine Alte sticken. Wirklich, mir sind die Ohren vom Kopf gefallen. Ich habe gedacht, das kann nicht sein. Was ist denn unter Männern los, dass sie denken, dass man so über andere spricht und dass das okay ist irgendwie. Das unterstreicht doch nicht deine Männlichkeit, dass du Frauen klein machst und degradierst. Dadurch bist du doch nicht männlicher in so einer Gruppe. Ganz, ganz seltsam. Das müssen wir den Jungs beibringen und zwar schon ganz, ganz früh in der Erziehung. Das ist ganz, ganz wichtig. Liebe Muttis und Papis da draußen, wenn ihr kleine Kinder habt, bringt das euren Jungs bei, was respektvoller Umgang miteinander ist. Ja, gut. Männer erobern sich ihre Reputation nur unter Männern und die, wie sagt man, der Geldwert, den sie dafür nutzen, ist die Frau. Und wenn man sich das mal auf der Zunge zergehen lässt, welche Art von in Anführungsstrichen Handel das ist, da versteht man ganz schnell, wie der Ablauf in männlichen Rudeln ist. Das ist sehr ausschlussreich. Vor allem, weil das, was du gerade gesagt hast, sie holen sich ihre Bestätigung im Männlichsein bei anderen Männern ab. Auch absolut. Das ist ja schon der große Fehler, weil sie dadurch Männer und Frauen anders werten. Die Bestätigung einer Frau ist nicht so viel wert, wie die eines anderen Manns, wenn es um die Männlichkeit geht. Und das ist ja absurd. Naja. Ja, ja. Mit diesem absurden Gedanken, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Nicolette, wir entlassen dich offiziell in den Urlaub und nehmen jetzt auch nochmal 30 Minuten weiter auf. Ich hoffe, du hast einen wunderbaren Urlaub, während diese Folge läuft. Bin ich noch da? Du bist noch da, denke ich, ja. Okay, tschüss. Bis dann, ciao. Tschüss.